Kann ich? Ich weiß nicht, was ich sagen muss. Hallo. Hallo, was ich sagen muss? Hast du Bock auf Mac & Cheese? Wir machen heute nicht nur Mac & Cheese, sondern wir machen Mac & Cheese Allgäuer Art, weil wir sind aus dem Allgäu und deswegen gibt es heute ein richtig leckeres Allgäuer Mac & Cheese und das Ganze aus dem Dutch Oven. Welche Zutaten brauchst du hierfür? Die zeigen wir dir jetzt. Und zwar brauchst du dafür, hier haben wir richtig leckere Hörnchennudeln, die sind schon vorgekocht und noch warm, deswegen machen wir jetzt hier gleich nochmal den Deckel zu. Dann brauchen wir als weitere Zutaten Zucker, Muskat, ein bisschen Milch, Pfeffer, Salz, ein paar Röstzwiebeln zum Schluss, hier versteckt sich noch ein Flöckchen Butter, ein richtig natürlich Allgäuer, richtig leckerer Bergkäse, eine Reibe dafür und hier haben wir noch ein bisschen Mehl. Und das Ganze machen wir natürlich im Dutch Oven. Heute brauchen wir nur den Dutch Oven ohne Deckel, weil das ist ein richtig ultra schnelles Rezept und ganz wichtig, heute ein Holzlöffel, weil ohne Löffel wird das ganze Gericht definitiv nichts. Ja, und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal schon mal an. Das Rezept geht ratzifatzi und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir schon mal alles vorbereitet dastehen haben, weil wenn wir dann erst anfangen nochmal irgendwas zu machen, dann sind wir hier viel am Platz. Also jetzt schneiden wir die Rinder einfach ab. Liebe Kinder, die jetzt zuschauen, wir schneiden nicht mit dem Messer zum Körper. Nein, absolut nicht. Und schon auch gar nicht mit einem Daumen oben drauf. Das machen wir nicht. Das dürfen nur die zwei Jungs aus dem Fernsehen, aus dem Computer oder vom Tablet oder vom Handy, je nachdem, wo du das Video guckst. Nur die dürfen das, weil die sind Stuntman. So sieht es aus. Also, jetzt werden wir hier unseren Käse brechen, so wie wir unser Brot brechen und dann werden wir den jetzt einfach hier mit einer schönen großen Reibe einfach reiben. Ganz einfach. Ganz einfach. Heute ist alles ganz einfach und ganz schnell und letztes Mal war alles voll lecker und lecker wird es dann noch auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal versprechen. Jetzt haben wir hier unseren Allgäuer Bergkäse gehobelt. Oder gehobelt heißt es, ne? Gerieben, wie auch immer. Und jetzt nehmen wir unseren Dutch Oven und stellen den schon mal auf die Glut. Alter, wer ist da zähne heute? Wie heißt denn das? Kohlen. Kohlen. Aber auf die durchgeglüten Kohlen, so kann man das sagen. So, willst du da vorne noch irgendwas herabtaschen jetzt oder fängst du da hinten jetzt? Ne, und jetzt fangen wir im Prinzip eigentlich schon an. Jetzt werden wir hier erstmal die Uhr abmachen, weil das machen wir nämlich immer beim Videodreh. Okay, hast du denn die Uhr noch ab? Hast du schon abgemacht? Ne. Also ne. Okay. Haben wir nicht mehr heute vergessen. Und dann stellen wir uns schon mal die Sachen beiseite, die wir jetzt als allererstes brauchen. Und zwar brauchen wir, was brauchen wir denn überhaupt? Butter. Genau. Wir brauchen einmal unsere Butter. Dann brauchen wir unsere Milch. Und unser Mehl. Was du genau an Zutaten brauchst, also im Prinzip... Warte, was ist das labert denn heute? Wenn du genau wissen willst, welche Mengen du brauchst für dieses Rezept, dann musst du auf jeden Fall auf unserer Homepage gucken, mgbarbecue.de, steht das ganze Rezept nochmal ganz genau aufgeschrieben da, wenn du das Video nicht nur gucken willst, sondern auch nachmachen. Deswegen schaust du einfach mal vorbei und dann kannst du es da wunderbar nachmachen. Jetzt werden wir mal unseren Datsch offen gucken. Gucken. So. Gucken. Hast du Licht an? Ja. Ne. Ne, ist noch nicht ganz heiß. Ne? Noch nicht ganz. So ist er. Und jetzt kommt unsere gefrorene Butter da rein. Seht ihr da, kein Zermis mit gefrorenen Butter ist, dann nehmen sie noch gefrorene Butter. Nein. Also, die Butter ist im Prinzip eigentlich nur Kühlschrank kalt. Guck mal. Datsch offen ist heiß auf jeden Fall. Für unsere englischen Freunde, geschmolzene Butter heißt Smelted Butter. Okay. Bereit? Are you ready? Yes, I am ready to go. Okay. And now in die geschmolzene Butter kommt der Mehl rein. Und den werden wir jetzt richtig schön unterrühren, damit er nicht klumpig wird. Brennt das nicht an? Leicht angeröstet muss schon sein, das stimmt schon. Ja. So, und die rösten wir jetzt ganz kurz an. Das ist eine Röstbutter. Dann kommt unsere Milch rein. Und die gießen wir jetzt einfach rein und verreiben damit unsere Butter und mischen die richtig schön durch, damit es eine ganz homogene Masse wird. Und wenn wir jetzt unsere Milch da drin haben, dann lassen wir das Ganze einmal ganz kurz aufkochen, sodass die Milch wirklich heiß ist, weil die ist wichtig, weil jetzt kommt da nämlich als nächstes unser Käse rein. Und wenn die Milch nicht richtig heiß ist, dann kann der Käse natürlich nicht schmelzen und eine richtig schöne Masse ergeben. Deswegen lassen wir jetzt hier unter ein bisschen rühren, unsere Milch einmal schön aufkochen. Okay, die Milch ist jetzt einmal ganz kurz aufgekocht und jetzt kommt dann gleich unser Käse mit dazu. Und zwar einmal alles. Also das ganze stöne Stückchen Käse, kleingerieben. Das mischen wir jetzt hier einmal unter. Und in der Zwischenzeit, wo der schmelzen kann, kommen noch unsere Gewürze dazu. Das heißt Salz, Pfeffer, Zucker und ein bisschen Muskat. Einfach so ein bisschen nach dem Gusto abschmecken, also dann machen wir ein bisschen Zucker mit rein, ein bisschen Muskat mit rein und dann nehmen wir ein bisschen Pfeffer mit dazu. Salz, Achtung, salziges Salz, nicht zu viel, es sei denn, du hast eben das andere. Guck mal, und jetzt kommen die Nudeln da rein. Wow, das sieht mega lecker aus. Mega lecker. Mega lecker. Ja, und dann kommen die Nudeln dazu und dann wird alles nochmal richtig schön untergehört. Erstmal halt jetzt ein Teil, jetzt gucken wir mal, wie wir die unterrühren können. Wow, geil. Aber bevor das jetzt richtig heiß wird, würde ich sagen, nehmen wir den Topf mal direkt von den Kuhn kurz runter. Und dann mischen wir hier alles nochmal durch, guck mal. Das sind Mac and Cheese, geil, richtig, richtig, richtig geil. Und das geht mega schnell. Du brauchst halt nur ein paar vorgekochte Nudeln und dann sind wir schon fertig. Und jetzt haben wir unseren Datschoffen nämlich schon runter von den Kuhlen. Mac and Cheese. Mac and Cheese. Guck mal. Also, so sieht Mac and Cheese Allgäuer-Style halt aus. Und was kommt natürlich dann oben noch ein bisschen drüber? Ein paar Röstzwiebeln. Du kannst ja Röstzwiebeln jetzt selber machen. Aber ganz ehrlich, ich finde die Röstzwiebeln, die guten aus der Dose, wirklich schon mega geil. Die kommen jetzt einfach ein bisschen da drüber. Und dann müssen wir auf jeden Fall kosten. Hey, was machst du denn hier? Alter, das ist ja nicht so eine Handpastung. War eine Überraschung. Also, heute steht der Manuel jetzt schon vor der Kamera ohne Ankündigung. Und jetzt wird halt einfach richtig frech probiert. Guck dir an. Mac and Cheese Allgäuer-Rösch. Boah, mega. Kann ich mir erzählen, das ist jetzt. Absolut perfekte Mischung, oder? Bisschen mehr Salz, aber sonst perfekt. Boah, voll geil. Richtig geil. Das Problem ist, die machen nicht satt. Es ist mega. Richtig gut. Ich habe natürlich das Problem bei Mac and Cheese. Die müsst ihr relativ schnell essen, da ist ein Darts oben mega geil. Weil der hält lang warm. Sonst sind die immer gleich fest. Aber retou jetzt. Also Mac and Cheese Allgäuer-Style in 10 Minuten, oder? Länger dauert das nicht. Also nur ein Vorkochen, klar. Aber dann in 10 Minuten. Mega geil. Wenn dir das Video gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall uns einmal abonnieren. Dann erfährst du immer, wenn von uns ein neues Video erscheint. Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Und wenn es aufploppen soll, damit du wirklich erinnert wirst, aktivierst du unten die Glocke. Das ganze Rezept findest du bei mgbarbecue.de. So viel sei noch mal festgehalten. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und wünschen dir noch einen richtig geilen Abend. Und in diesem Sinne sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und zwar, wenn es wieder heißt, MC Barbecue. Oha. Mega, ne? Mega, ne? Oh, das mach ich aber bald nochmal. Schau. Oh. Ja.